Ahoi! Willkommen zurück. Zurück sind wir. Oh, wir haben eine Ranch gefunden. Schön. Hä? Okay. War der echt ein Fahrzeug im Vorher? Nee, oder? Doch. Ah, okay. Dann ist das andere Ding aber ein bisschen weiter weg. Geh auf hier. Lass mich rein. Lass mich rein. Moment, ich brauche Luft. Wie peinlich. So, und jetzt gehen wir mal gucken. Hier muss schon was Tolles sein, wenn wir jetzt extra was aufschlagen mussten. Aber das ist schon mal toll. Naja, ne. Luft, Luft, Luft. Ach du Scheiße. Hier müssen wir komplett wieder raus. Oh, oh. So. Könnt durchaus problematisch werden. Hallo. Hä? Hallo, das ist doch Gummi. Da müsstest du doch eigentlich schwimmen. Gut, vielleicht schweres Gummi. So, machen wir raus. Ich glaube, jetzt haben wir genug Gummi für unsere Sauerstoffflasche. Schön wäre aber auch dieses Nachfüllpack. Ernsthaft? Hallo, Safe. Oh, Glaswand ist schon mal gut. Toll. Bereits gelernt? Tschüss. Und jetzt? Oh Gott. Da. Jetzt flippern wir nicht so viel rum. Nee, komm. Nee, nee, nee. Hä? Was ist doch hier? Ach ja, steck doch fest. Das ist doch blablablablablabla. Die brauchen wir nicht. Natürlich ist hier auf einmal eine Tür. Klar. Die brauchen wir nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist so. so ein plätz dann haben wir noch den lassen wir jetzt mal zu öffnen sie um zufälliges waffenzubehör zu erhalten einschließlich aber nicht beschränkt auf zielfernrohre griffe magazin und läufe und mehr ja die sprachen wir uns das können zwar wissen wo ich mir jetzt noch mehr platz verschwende komm wir hier raus ja gut da wir froh sind vielleicht sollten wir bei uns auch noch eine flache hinsetzen könnte helfen so juden jetzt mal alles weg toll schweiz ja hier kriegen wir erstmal nichts mehr rein den machen wir hier den machen da ich da rein jetzt behalten wir so Und die Küchenwaage, so. Mit O. Ja, nee. Und dahin. So, sechs davon. Und sechs Gummi. Schön. So, halten wir ein bisschen länger durch unten. Okay, ähm. So, warum erst mal sonst weiter nichts? Oh, brauchen wir sogar fünf Gummi? Also, okay, gibt ja auch fünf. Sonst gibt es erst mal nichts weiter Hübsches. Ja, gut, die Reparatur wäre jetzt mal ganz praktisch. Aber, nee, wir sparen mal. Und zwar, geht drauf. Das heißt, wir holen uns die da. So, aber erst mal brauchen wir zwei Flattendinger. 24 und 8. Und stopp. Stopp da. Äh, bauen. Straßenschild. Flammen, diese Erfassung von Orten und als Koordinaten. Können wir uns vielleicht sparen? Ja, dann machen wir mal. Ja. okay finde ich gut wenn wir als nächstes nämlich dem links machen die bester weil da haben wir eigentlich auch gummi gehabt soweit ich mich jetzt erinnern kann und dann hoffen wir mal dass wir die zweite forschungskacke da fertig kriegen ja dann wird lustig weil dann kommen ein bisschen mehr voran weil bauen können wir theoretisch eigentlich schon alles wobei das jetzt nicht wirklich viel ist das war unsere dachbogen gefehlt hat der gummi boden die müssen wahrscheinlich noch lernen dann wieder ausgenommen wie es aussieht ich habe noch gar nicht die patch los gewesen sie damit ich meine heute kam das update aus jetzt ist wahrscheinlich folge drei oder vier sollte ich schon immer tun zwölf minuten nachkommen der wird es halt ein bisschen dunkel ne quatsch haben wir falsch eh wo waren die denn jetzt da ich meine das bürchen wäre immer noch toll brauchen wir noch für ein boot nochmal ach haben wir die noch hier haben wir nicht das ist mal so dunkel hier ne komm das tun will ich euch nicht antun das machen wir jetzt nicht mit der linken hand eine fackel halten können können zwar so prügeln aber ... naja ... ihr wisst was ich meine ... ähm ... gut ... machen wir uns mal die Eimer raus ... die immer noch nicht stackbar sind ach dieser verbesserte wasser ... aufbereiter ... den will ich haben ... oh nee .... oder касójüte .... das war echt blöd Ich meine, wir haben zwar jetzt kein Durst mehr, aber auch kein Wasser. Flüster am Land. So kurz warten, bis die durchlaufen. Zwei, wow. Dauert immer noch so lange. Na gut, eine haben wir noch drunten. Das dürfte reichen. Ein bisschen Pech greifen die gleich wieder an. Ich mache das so, dass dann immer schön gleich wieder nachlaufen kann. Das heißt, zwei einmal brauchen wir noch. Wo stand eigentlich die Kiste? Warte, die war hier, ne? Hier irgendwo stand die. Oder hier drauf. So. So. Schön. Ah gut. Holz können wir jetzt mal wieder wegpacken. So. So. So ein bisschen Spaß haben wir auch dabei. So. 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 Und raus. So. So. die bilder weg halten uns der arsch jetzt an ich glaube hier muss man kurz tauchen 21 kann man machen ja 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 Das bringt er gar nicht. Okay, das war vielleicht die schlauste Idee, die ich hatte. Ja, danke für die Beschädigung. Oh gut, die da oben lassen wir erstmal noch. Au! Ja, da kommen wir. Halt! Da! Okay. Du. Haben wir auch. Okay, da oben geht es aber ab. Haben wir Glück? Nee, so gar nicht. Okay, wir können auch links herum gucken. Moment. Okay. Finde ich gut. Also unser Ausdruck geht ja richtig im Arsch. Okay, damit haben die Entwickler bestimmt nicht gerechnet. Da ist noch einer. Die steht aber nicht stöpig. Wie es aussieht. So. Haben wir doch. Gut, dann gucken wir hier mal leer. Wir gehen dann hoch. Warte, irgendwo sind hier noch sieben Leute. Ach du Scheiße. Dich brauchen wir nicht. Oh ja, dich nehmen wir. Dich auch. Dich auch. Dich. Ja, ja, ja. Ja komm. Diese Digo sagen lass mir weg. Eisen haben wir ja auch erstmal genug. Oh. Bemis. Ey. Na komm. Wer ist das nicht? Einen Schuss noch. Toll. Wenn wir das noch. Nein. Ja, wird. Ein bisschen Holz haben wir. So. Komm hoch. Warte, das ist wohl der letzte. Komm hoch. Und das war der letzte. Bauen. Ja. Ja. War das auch mehr zum Looten. Ähm. Hhm. Gut. Scheiße, wir sind vor. Jo. So, theoretisch müssen wir jetzt einmal zurück und wieder her. Den können wir einmal nehmen. Ja, ja ne, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, ist sowieso nicht. Toll. Geht super schnell. Willst du mich verarschen? Sucht da jetzt noch ein... Achso. Was ist die Wille da? Ähm. Unsere Sauerstoffflasche ging jetzt nicht weg. Springen die erst noch überschritten tiefer ein? Ja, ist mir klar, ich war lange dürfen wir. Weißt du was? Leute, ich bin Nocturl. gut haben wir schön hier haben wir scheinbar alles voll da ging noch was warten wir noch die route machen wir hier hin ok wo war das jetzt schon wieder das den homo und auf jeden fall noch er hat immer eine gute strategie auch gleich zu erobern das geht nur unser sauerstoff weg wahrscheinlich haben wir das so gemacht zuerst geht unsere luft weg und dann die sauerstoffflasche das ist aber tatsächlich clever falls wir mal nicht aus Versehen mal jetzt hier so einen kleinen tauchgang machen das dann gleich aus Versehen unsere luft weg ist also von der sauerstoffflasche und wir stellen die nachfüllen müssen okay Metallschrott brauchen wir jetzt echt nicht ne Moment hier haben wir noch irgendwo Weg runter mir beliebt das Gummi toll oh ich habe hier gar nicht gesehen hier liegt ja auch noch was ja wieder Trolls brauchen wir eh viel Gummi ist gut ich glaube wir haben Forschungsstube 2 auf jeden Fall ist drin 10 haben wir jetzt erst wie viel Gummi gaben das jetzt nur 4 jetzt haben wir noch mehr jetzt haben wir noch mehr aus was haben wir jetzt 38% erst oh ok ne kann nicht sein wir hauen noch mal alles kurz und klein dann gucken wir mal genauer das wäre ja ein bisschen arg wenig ok jetzt haben wir 46% da haben wir noch eine Tonne 2 oder 2 oder so jetzt gehen wir mal hoch nachdem wir uns die Gold haben so 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 ne so 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 ah geil da war noch Gummi drin ok machen wir den noch machen wir den noch machen wir den noch 63% so 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 zählt der eigentlich mit ja so ja wir haben 63% oh 60% ne ne hä so so ja gut ja gut ach so läuft das jetzt ok das war das richtige ja so wird eher ein schulhaus da unten waren jetzt eigentlich nur autos brauchen wir nicht so wir sagen sie muss morgen wieder dann bringen wir den lupen weg gucken nach ob wir dings hinbekommen die zweite forschung ich denke mal so beschaffen und denn ja wenn wir uns noch ein paar inseln angucken wenn auch etwas aus der sicheren entfernung und suchen uns zu hause raus macht's gut haut rein